Ob eine Funktion gerade oder ungerade ist, lässt sich auch direkt nachrechnen. Dafür sind zwei Dinge wichtig. Erstens muss man die Definitionen für gerade- bzw. ungerade Funktionen kennen. Diese sehen wir hier rechts eingeblendet. Die Definitionen sind wichtig, da wir beim Nachrechnen oder genauer gesagt beim Beweisen, dass eine Funktion gerade bzw. ungerade ist, diese Definitionen benutzen müssen. Zweitens muss man die Symmetrie-Eigenschaften aller beteiligten Grundfunktionen kennen. Diese Symmetrie-Eigenschaften der etwa 25 Grundfunktionen lernt man am besten einfach mit. Schauen wir uns das folgende Beispiel an und untersuchen wir, ob es sich bei f um eine ungerade Funktion handelt. Dafür notieren wir als erstes die Symmetrie-Eigenschaften der beteiligten Grundfunktionen. Cosinus x ist eine gerade Funktion, das heißt, nach Definition gilt, Cosinus von minus x ist gleich Cosinus von x. Arcus Tangens von x ist ungerade, das heißt, hier gilt, minus Arcus Tangens von minus x ist gleich Arcus Tangens von x. Für den praktischen Gebrauch formen wir diese letzte Gleichung um zu Arcus Tangens von minus x ist gleich minus Arcus Tangens von x, indem wir beide Seiten der Gleichung mit minus 1 multiplizieren. Um nun zu zeigen, dass f eine ungerade Funktion ist, müssten wir gemäß Definition nachweisen, dass f von x gleich minus f von minus x für alle x aus dem Definitionsbereich von f gilt. Diese formale Definition zeigt sehr schön noch einmal die schon anschaulich bekannte Bedeutung einer ungeraden Funktion. f von x ist der Funktionswert an der Stelle x und minus f von minus x ist der an der x-Achse gespiegelte Funktionswert an der Stelle minus x. Falls also für alle x-Werte aus dem Definitionsbereich von f gilt, f von x ist gleich minus f von minus x, so entspricht das der bekannten Punktsymmetrie des Graphen der Funktion f zum Nullpunkt. In der Praxis, das heißt beim Nachrechnen, ob eine Funktion ungerade ist, formt man die Definition am besten noch einmal etwas um. Das heißt, statt zu untersuchen, ob für alle x f von x gleich minus f von minus x gilt, untersucht man, ob f von minus x gleich minus f von x für alle x gilt. Die erste Gleichung wurde also mit minus 1 multipliziert, was eine Äquivalenzumformung darstellt und damit macht es keinen Unterschied, welche der beiden Gleichungen wir für unsere Untersuchungen heranziehen. Als erstes setzen wir also minus x für x in f ein. Das heißt, wir betrachten f von minus x gleich Cosinus von in Klammern minus x hoch 3 mal Arcus Tangens von 2 mal in Klammern minus x hoch 3. Und zwar hier für alle x aus den reellen Zahlen. Wegen minus x hoch 3 gleich minus x mal minus x mal minus x gleich minus x hoch 3 erhalten wir f von minus x ist gleich Cosinus von minus x hoch 3 mal Arcus Tangens von minus 2 mal x hoch 3. Da Cosinus von x als bekannte Grundfunktion gerade ist, gilt laut Definition für gerade Funktionen Cosinus von minus x ist gleich Cosinus von x. Und damit, wenn wir x hoch 3 für x einsetzen, Cosinus von minus x hoch 3 ist gleich Cosinus von x hoch 3. daraus folgt als Zwischenergebnis f von minus x ist gleich Cosinus von x hoch 3 mal Arcus Tangens von minus 2 mal x hoch 3. Schauen wir uns die Arcus Tangens-Funktion an. Da Arcus Tangens von x als bekannte Grundfunktion ungerade ist, gilt laut Definition für ungerade Grundfunktion Arcus Tangens von minus x ist gleich minus Arcus Tangens von x. Setzen wir auch hier für x den Ausdruck 2x hoch 3 ein, so bedeutet dies, Arcus Tangens von minus 2x hoch 3 ist gleich minus Arcus Tangens von 2x hoch 3. Daraus folgt, f von minus x ist gleich Cosinus von x hoch 3, das haben wir gerade schon gesehen, mal, Klammer auf, minus Arcus Tangens von 2 mal x hoch 3. Und das können wir weiter umformen, indem wir das Minuszeichen vor den Ausdruck schreiben, also es ergibt sich, dass das gleich minus Cosinus von x hoch 3 mal Arcus Tangens von 2 mal x hoch 3 ist. Und das wiederum ist genau minus f von x, und zwar für alle x aus dem Definitionsbereich von f. Damit haben wir mit Hilfe der Definition für ungerade Funktionen und der Kenntnis der Symmetrie-Eigenschaften der beteiligten Grundfunktionen nachgewiesen, dass f ungerade ist. Denn es gilt, das haben wir gezeigt, f von minus x ist gleich minus f von x. Um nachzuweisen, dass eine Funktion gerade ist, geht man natürlich ganz analog vor und zeigt, dass f von minus x gleich f von x gilt. Das heißt, auch hier greift man auf die Definition, und zwar diesmal der Definition einer geraden Funktion, zurück. In den vielen Beispielen dazu in diesem Kapitel werden wir sehen, wie das genau geht.